Der Single Arm Pole Brace Ease Hold ist ein ideales Instrument, um die Außenrotation in der Schulter zu verbessern. Insbesondere die Rotatorenmanschette mit in die Belastung reinzubringen. Wenn du mir jetzt vorstellst, du bist in der Klimmzugposition so und die Schulter fällt in die Innenrotation. Das ist auch immer ein Teil da, dass die Außenrotatoren nicht richtig arbeiten. Das fangen wir erst mal an zu stabilisieren. Dafür legst du dich auf die Seite, ruhig die Knie angewinkelt, Hand unter den Kopf gelegt, in Ausgangspunkt, Verlängerung der Schulter, die Dampel, die Pulshantel. Wichtig ist auch noch einmal der Griff, dass im Prinzip der Zeigefinger wie eine Pistole ausgesteckt ist. So hat man mehr den kleinen Finger in der Belastung und mehr Außenrotation gekennzeichnet. In der ersten Bewegung die Schulterblätter nach hinten ziehen. Ist das gegeben, dann über die Pistole so anheben, dass du ungefähr in waagerechter Position das Ganze für 10 Sekunden erhältst. Du solltest die Spannung auf der Rückseite deiner Schulter spüren. Langsam wieder ablegen. Erst die Schulter nach hinten. Und über den kleinen Finger stabilisieren. 10 Sekunden das Ganze halten. Und dann auch wieder ablegen. Wichtig ist, dass die Spannung nur auf der Rückseite zu spüren ist. Das kann man nochmal sicherstellen, indem die Schulter auch schön weit nach hinten gezogen wird. Und der kleine Finger mehr belastet. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß.